ja hallo lieber besucher meines youtube kanals ich freue mich dass du den weg hierher gefunden hast und ich möchte mich eigentlich gar nicht lange selber vorstellen sondern hier gleich verlinken auf ein wunderbares interview das mir der interviewer ermöglicht hat dass der link ist unterhalb des videos das ist ein audio format aber mir hat das interview so gut gefallen und ich bin dem thomas schamberger der das gemacht hat mit mir sehr sehr dankbar und das interview bildet sehr genau ab was ich mache ich habe zwei große bereiche das eine ist entrepreneurship und menschen zu helfen ziele anzugehen und zu erreichen und das zweite die zweite leidenschaft von mir ist wein und schauen sie sich um auf meinem kanal ich würde mich freuen wenn sie meinen kanal abonnieren würden und meine bein hangouts finden sie unter vino vademekum ebenfalls auf youtube und auch da würde ich mich freuen wenn sie meinen kanal abonnieren würden ich wünsche ihnen alles gute werden sie erfolgreich wenn sie es noch nicht sind und wenn ich ihnen dabei helfen kann würde ich mich super freuen bis bald ihr christoph lori heckenböcker